Darf Sie ganz herzlich auf dem 581. Striezelmarkt willkommen heißen. Ich wünsche uns ein besinnliches, aber auch ein bisschen friedvolles Adventszeit und dann natürlich auch eine Weihnachtszeit. Und das möglichst Dresdner, ob lange hier lebend oder neu in unsere Stadt gekommen, friedvoll zusammenleben und auch ein bisschen besinnlich in Einkehr und Nächstenliebe unterwegs sind. Wir sollten die Zeit nutzen, auch mal in den Mittelpunkt unserer Betrachtung zu nehmen, wie viele wunderbar engagierte Menschen wir in unserer Stadt haben, die sich für ihre Nächsten wirklich einsetzen. Und das sollte vielmehr ein Mittelpunkt der Betrachtung sein, denn diese sind in einer riesigen, großen Zahl und dafür bin ich sehr dankbar.